Herzlich Willkommen im Augenleserzentrum Wien. Wir verhelfen Ihnen zu einem Leben ohne Sehhilfe. Dr. Atami leitet seit vielen Jahren erfolgreich eines der größten Augenzentren in Wien. Im Augenleserzentrum bietet er seinen Patienten eine Behandlung mit Geräten der neuesten Lasergeneration. Ein hochmoderner Laser made in Germany ermöglicht eine berührungslose Augenkorrektur ohne Hornhautschnitt. Das macht die No-Touch-Methode extrem sicher. Die Behandlung dauert weniger als 60 Sekunden. Die konstante Behandlungsfrequenz sorgt für äußerste Präzision. Darüber hinaus bietet Dr. Atami bei medizinischer Notwendigkeit auch alle gängigen Methoden der Augenchirurgie an, wie LASIK, FENTOLASIK, LASIK und PRK. Wir laden Sie herzlich zu einem Erstgespräch ein, bei dem wir alle Ihre Fragen gerne beantworten. Vereinbaren Sie gleich einen Termin. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Wir louisen Sie, wir laden Sie bellen Sie doch an. Untertitelung des ZDF für funk, 2017